Wenn ihr wissen wollt, wie man für die Zucht einen Fatumknoten und einen Ewigstein bekommt, dann gebt mir jetzt eine knappe Minute Zeit. Los geht's! Fliegt nach Hoholi City, nachdem ihr die erste große Prüfung gemeistert habt und begebt euch in Elimas Anwesen. Ihr werdet am Anfang etwas zugelabert, aber keine Sorge, danach könnt ihr euch nach oben in Elimas Zimmer begeben. Sie wird euch zu einem Kampf herausfordern, den ihr aber sicher gewinnen werdet. Und danach übergebt sie euch direkt den Ewigstein. Ziemlich einfach, nicht wahr? Mit dem Fatumknoten sieht's aber doch etwas anders aus. Sicherlich könnt ihr den Fatumknoten sowie den Ewigstein auch in der Battle Royale Arena für BP eintauschen. Doch für manche ist das zu viel Aufwand. Deswegen zeige ich euch eine Alternative. Züchtet euch Yorclef, die ihr in der Nähe der Pension fangen könnt. Wichtig ist, dass sie alle die Fähigkeit Mitnahme haben sollten. Um das Züchten etwas schneller zu machen, klickt euch hier rechts auf das Tutorial und es wird euch erklärt, wie ihr die Zuchtgeschwindigkeit sogar mehr als verdoppeln könnt. Selbstverständlich könnt ihr auch so viele Yorclef fangen, bis ihr 6 habt, die die Fähigkeit Mitnahme beherrschen. In der 6. Generation war es noch so, dass man Level 50 haben muss und überhaupt per Mitnahme einen Fatumknoten zu erhalten. Diese Mechanics haben sich wohl in Sonn und Mond etwas verändert. Denn mein Yorclef auf Level 23 hat schon innerhalb von wenigen Kämpfen einen Fatumknoten gehalten. Zur Sicherheit habe ich natürlich trotzdem alle Yorclef trainiert, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie auf Level 1 einen Fatumknoten tragen können. Wenn dies dennoch passiert, schreibt doch gerne das unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben hinterlassen. Oder abonniert direkt, wenn ihr es sicher schon getan habt. Rechts von mir findet ihr auch gleich den Rest der Videoreihe Wie züchte ich in Pokémon Sonne und Mond und darunter auch direkt das Tutorial zum Thema Wie spiele ich Pokémon Sonne und Mond auf dem PC? Und solange ihr euch noch nicht entscheiden könnt, lasse ich noch ein paar Outtakes laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Euer David Züchtet euch Yorclef Züchtet euch Yorclef Züchtet euch Yorclef Um das Züchten etwas schneller zu gestalten Klickt doch einfach hier links auf das Tutorial Links, das ist rechts Scheiße Hier auf das Tutorial Um das Züchten etwas schneller zu gestalten Klickt doch hier rechts auf das Video Um das Züchten etwas schneller zu gestalten Um das Züchten etwas schneller zu gestalten Klickt doch gleich hier rechts auf das Video Tutorial